Servus und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz präsentiert von druck24bayern.de nach dem Spiel der Spielvereinigung Unterhache gegen Türkgücü München. Endstart 0 zu 2. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich hier begrüßen und gebe das erste Wort an unsere Gäste Serdar Dayat. Schönen guten Tag. Wir wussten schon von Anfang an, dass das heute ein Kampfspiel sein wird, ein wichtiges Spiel auch für beiden Seiten, weil Unterhagen wollte natürlich das Spiel schön angehen und auch auf Sieg spielen und wir sind auch hierher gekommen, um das Spiel nicht zu verlieren, wenn wir ehrlich sind. Aber wir waren gut eingestellt, die Planung ist gut aufgegangen, die Organisation ist aufgegangen im Spiel und die ganzen Sachen, was für uns vorgenommen ist, sind aufgegangen. Wir wollten heute den Ball mehr spielen, wir wollten den Ball mehr haben und meine Jungs haben heute mehr Einsatz gezeigt, die Einstellung war auch da, dieser Kampfgeist war da, diese Laufbereitschaft war da und wir sind auch sehr gut gestartet, dass wir in der zweiten Minute schon das Tor schießen durften oder konnten. Das hat uns auch ein bisschen natürlich auch diesen, wie sagt man, diesen Rückenpolster gegeben, dass wir natürlich die erste Halbzeit schön runter spielen und in der zweiten Halbzeit natürlich ein paar Punkte ansprechen, dann den Sieg natürlich einfach. Das ist uns gelungen, deswegen sind wir auch zufrieden und glücklich damit, mit drei Punkten. Das haben wir auch gebraucht jetzt in diesem Spiel, sag ich mal. Und ich möchte einen Dank und Gratulation an meinen Spieler aussprechen und dem Harry viel Erfolg wünschen in der Zukunft, in den nächsten fünf Wochen mit seiner Mannschaft. Vielen Dank, Herr Dayat. Harry. Ja, danke dafür. Ja, er hat alles deutlich aus seiner Sicht gesagt. Wir haben es nicht geschafft von Anfang an. Gehofft natürlich schon, wir haben uns auch nebensprechend gut vorbereitet, viele Hoffnungen gehabt jetzt auch. Man kommt in der zweiten Minute eigentlich in den Rückstand und wir waren davon schon einfach geschockt, niedergeschlagen und wie dann auch immer. Und haben es uns einfach bis, glaube ich, dann auch bis zum 90. Minute oder 95. Minute einfach nicht geschafft, überhaupt ins Spiel zu kommen. Wir haben unheimlich viele Fehler gemacht. Ich glaube, würde ich sagen, da war das eine unserer schlechtesten Spiele. Ja, es hat von alles einfach gefehlt. Ja, und wir haben es trotzdem, wie gesagt, versucht ein bisschen umgestellt. Ich glaube, wir haben kurz vor der Halbzeit ein bisschen mehr Griff bekommen, mit der Hoffnung im zweiten Halbzeit nochmal nachlegen zu können. Das haben wir einfach nicht hingekriegt. Wir haben Probleme gehabt mit der Geschwindigkeit auch vom Gegner und ja, am Ende muss man ganz klar zugeben, wir heute haben es echt nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Also es ist absolut in Ordnung. Wir werden noch, ja, es ist sicherlich nicht leicht, aber wir werden weiter machen. Vielen Dank, Ari. Die Journalisten konnten wie immer Fragen stellen. Heute kommen zwei Fragen von Christoph Leischwitz von der Süddeutschen Zeitung. Ari, die erste Frage, hattest du den Eindruck, dass mehrere Spieler heute zu nervös waren? Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir dann auf einmal was gehabt, was man verlieren konnte. Man konnte richtig rankommen jetzt nochmal an diesen vielleicht nicht Abstiegsplatz. Und ja, und dann hat vielleicht das schnelle Gegentor nicht gut getan. Vielleicht kam das alles ein bisschen mit dazu. Ich will jetzt nur nicht sagen, dass es dann so war, aber vielleicht von alles war es. Das Gegentor war schon sehr ungünstig für uns. Zweite Frage, wie wichtig ist es, in den kommenden Spielen eine bessere Leistung zu zeigen, selbst wenn das nicht mehr für den Klassenhalt reichen sollte? Ja, unheimlich wichtig. Ich denke, das ist, man will, ich denke mal als Fußballer, alles raushauen und das ist auch, jedes Spieler ist ja eine Pflicht dazu, das auch bis zum Ende voll für den Verein zu machen, auch wo es dann am Ende dann hingeht. Und wenn es ein Mini-Wunder gibt, die es dann immer wieder gibt, auch wenn das für den einen oder anderen schwer daran zu glauben ist, möchten wir den gerne nutzen. Vielen Dank, Ari. Dann bleibt unseren Gästen erstmal noch Gratulation zum Sieg, was ich vorhin vergessen hatte und wünsche einen kurzen Heimweg. Dankeschön. Und für uns geht es weiter am Samstag in Kaiserslautern. Servus. Servus.